Willkommen zu T.I.Core. Let's play! Wir sind jetzt auf der Insel Schießmichtcode, da steht kein Name dabei. Da hinten ist nämlich so ein Tanker, den wollte ich mir mal angucken. Und die Insel selber auch. Der Toxie wollte halt nachkommen. Ja, ich bin schon an der Küste. Das ist ja schon mal Juhu. Aber du bist noch bei Elektro City oder was? Ja. Jo, das ist ja noch ein bissel. Oh, meiner fühlt sich hungrig. Nach dem ganzen Schwimmen, dann kann ich ja erstmal essen. Hm... Nö, das nehm ich nicht. Aber da kann ich das hier reinstecken, hab ich gerade gesehen. Aber wie gesagt, die Küste ist schon erreicht. Wasser rechts am Laufen. Leuchtturm ist auch da. Leuchtturm, da müsstest du... Oh, da hast du noch ein Stückchen vor dir. Ja, Leuchtturm ist jetzt genau rechts von mir. Ich werde erstmal mal Mampf. Ich aktualisier mal meine Position auf der App. Ich bin nämlich jetzt... Ja, ja. Ich bin ja mal gespannt... Auf? Ob man dich von hier aus sieht. Und wann. Aber ich hätte in der Zeit bei ihm zum Tanker gehen, weil... Ist eh in einem Stückchen. Ja, ja. Ich hab nur was in der Hand. Wenn du was Gescheites zu essen findest, bring mal ein bisschen was mit. Hm, ich weiß nicht ob in dem Tanker... Ich war da noch nie. Keine Ahnung. Ich geh davon aus, dass da irgendwas... stimmt. Nach der Insel auch nochmal kleine Inseln. Ob hier auf der Insel auch Zombies sind. Wirst du merken. Oh, ich seh grad zum Tanker müsste ich auch schwimmen. Dann... Auf geht's. Ob er überhaupt rein kann. Huch. Ja, laut dem Video schon. Ich war grad unter Wasser. Was machst du denn da? Weiß ich nicht. Der hing da irgendwie fest. Ich seh grad auf der Map von der App. Die App-Map. Die ist gar nicht wirklich aktuell. Weil da fehlt das Schiff noch drauf. Ah. Wo kann ich jetzt hier auf das Schiff? Hier vorne, oder was? Hm. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh mein, der hat das Muskelkater in den Arme, der kann nicht mehr schnell schwimmen. Ah, hier kann man dann so langlaufen. Toll, jetzt schwimmt er wieder 2 Meter und läuft er wieder, hallo? Ah, ei, 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 ei. So. Da hat er die, da hat er die. Plätscher, Plätscher. Und, wo bist du jetzt? Ja, gute Frage. Wenn du zu der... Kambi-Wobo ist jetzt längst von mir. Dann ist es, glaube ich, nicht mehr so weit. Kambi-Wobo, da wo der Steg auf der Karte verzeichnet ist, bin ich jetzt. Du läufst auf jeden Fall Strand lang dann, ne? Jawohl. Ich sehe auch, glaube ich, schon die Insel am Horizont. Ja, von da aus siehst du die eigentlich schon. Schöner Raum. Was habe ich hier denn da? Das ist ein Felsen. Uhu, Felsen. Also den Steg sehe ich auch da hinten. Da ist so eine Lagerhalle noch und dann so ein Steg. Ja, bin ich jetzt gerade vorbei. Bist du dran vorbei? Ich gucke jetzt mal genau in die Richtung da hinten, ob man da irgendwann irgendwo sieht, wo du herläufst. Ich denke mal, wenn ich die Grafik noch höher drehe, auf jeden Fall. Aber hier habe ich halt momentan ein bisschen runtergedreht. Du bist auf dieser bewaldeten Insel, ne? Oder ich? Die ganz große. Ja. Ja. Gott, dann kann ich ja bald schon schwimmen gehen. Ja. Ich sehe zwar kein Schiff oder sowas, aber... Ja, das Schiff ist so ein bisschen dahinter, um die Ecke so. Hinter dem Wald. Hm. Dann müsste das sein, ja. Aber ich sehe dich echt immer noch nicht so wirklich. Leuchtturm sehe ich auch. Leuchtturm? Dann kann ich jetzt bald schwimmen. Also vertu dich nicht. Beim Schwimmen bist du ja extrem langsam. Such dir eine Ecke aus, wo es ziemlich... Ja, geradeaus. Aber wieso kann ich dich denn von hier aus noch nicht sehen? Ich bin doch da, ich sehe dich. Aha. Wenn ich jetzt schieße, treffe ich dich dann. Oder hörst du den Schuss? Warte mal. Ja, dann schieß du mal in die Luft. Hab ich. Hört man nicht, ne? Du stehst gerade. Wenn ich schieße... Hey. Hör auf. Hast du die Einschüsse gehört, oder was? Ja. Du weißt schon, dass die manchmal auch arg verzieht. Ja, das war aber über dir. Also beziehungsweise neben dir. Oh, der ist ins Wasser gesprungen. Jetzt viel Spaß. Das dauert. Geht doch eigentlich. Bei mir war der so langsam. Der paddelt doch richtig. Bei mir war der vorhin so langsam. Und dann war der Rucksack weg. Und die M4 weg und alles. Ich lasse jetzt mal das Inventar offen. Dann werde ich es sehen. Also du schwimmst jetzt an den Felsen vorbei, ne? Ja. Ja, dann gehe ich da mal so rüber. Vielleicht siehst du mich dann auch langsam. Ja, ich werde jetzt mal kurz Desktop wechseln. Werde ich schwimmen. Da, 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 da. Da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Bernie. Ja, was denn? Hör auf. Was sagen Sie, dass ich dich treffe? Aha. Nein, ich treffe dich nicht. Versprochen. Aber ich habe die Hoffnung, dass einer dann schneller schwimmt. Na, der tut da nicht. Aber für mich scheint das gar nicht so langsam zu sein. Hast du das gesehen vor dir jetzt so? Ja, ne? Da, 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 da. Oh, da ist nur ein Eckchen, dass du da schwimmen müsstest. Die Hälfte hast du, glaube ich. Ja, bin jetzt an den Steinen. Wie geil. Paddel, paddel, paddel. Aber siehst du, deswegen sind deine Schuhe nur nass, weil die immer oben sind. Meine Schuhe sind, ja, die sind nur nass. Also meine Hose ist pristine. TTS KO Jacket ist pristine wet. Ja, meine Assault West ist soaking wet. Mit Ballistikhelden würde ich jetzt mal absetzen, da ist ganz nass. Ja. Genauso wie meine Westen. Die Gasmask hat nix. Sonnenbrille hat auch nix. Schuhe ein bisschen, die Handschuhe auch nix. Die Handschuhe sind wieder okay. Der Rucksack ist warm. Theoretisch hätten ja eigentlich auch die Bandagen nass werden müssen, ne? Theoretisch. Ach, guck, sie ist gleich an Land. Jo. Ich komme, ich helfe. Anu, da ist er wieder. Na, mal kurz weg. Morgen. Moin. Einfach mal da hoch. So kann ich mich wieder nicht wenden. Boah, doppel alt. So. Eieiei, hier. Hey. Hey. Du triffst mich gleich wieder. Pock, Pock. Huch. Ich habe mich ja beinahe an der Wurzel äh. Erstochen, aufgehangen oder wie auch immer. Was machst du da? Er rennt da rum und schießt. Ein Schusslöcher im Baum. So, oben. Ja. Da hinten ist eine Hütte. Stimmt, da ist eine Hütte. Hier müsste, glaube ich, auch ein Brunnen und so sein. Irgendwo auf der Insel. Hier geht er aber auf. Boah, was liegt denn hier? Nein, voll im Felsen, mitten in der Bude. Naja, hier hätte jetzt ruhig mal was Besonderes liegen können, oder? Könnte. Hätte können haben. Er hätte können haben. So. Und jetzt? Die Schenge. Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie die Insel so ist. Ja, bewaldet. Hier ist irgendwo auch ein Brunnen. Ich weiß noch nicht wo. Wo ist jetzt das Schiff? Warte mal, ich will mal eben gucken, wo der Brunnen ist. Ey, da unten sind noch ein paar Dörfchen. Da ist ein Dorf. Wo? Hier runter. Wo bist du jetzt? Hier, warte, ich komme wieder hoch. Bei den Kürbissen bin ich. Ja, ich bin gleich da. So. Ich bin jetzt richtig geradeaus. Warte. So, wenn wir da lang gehen, dann ist ein Dörfchen oder so. Oh, erstmal kommt ein Felsen. Felsen. So. Nach da hin. Ja. Gucken wir, ob man da irgendwas findet oder so. Was Besonderes glaube ich nicht. Also wirklich ganz, ganz kleine. Ja. Mein Rucksack ist wieder trocken. Meine Hose ist trocken. Mein Tick-Tickle-Shirt ist trocken. Ruhe trocken. Nur noch meine Weste und mein... ...Helm. Mhm. Mhm. Einen Helm habe ich ja erstmal abgenommen. Keine Ahnung, ob der stiller trocken ist oder so. Ne, das dauert jetzt ein paar Stunden, habe ich schon gemerkt. Echt? Ja, das dauert ein paar Stunden. Hm, also hier in der Hütte ist nichts drin. Was haben wir hier in der Hütte drin? Auch nichts. Nichts. Hier geht die Tür nicht mal auf. Kommst du in mein... Ah, jetzt. Äh, nichts. Absolut gar nichts. Hm. Hat sich ja voll gelohnt, wa? Mhm. Böse ist das hier. Ja. Was hast du denn gefunden? Ein Bug. Bug? Ja. Warum? Ich konnte gar nicht richtig in das Haus gehen. Soll ich jetzt mal hier in die... In das Bootshaus. Ah, da... Da, 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 da... In das Bootshaus liegt auch nichts. Ich weiß gar nicht, was kann man denn von hier... Nee, das will ich jetzt nicht. Ich wollte gerade da runterspringen, aber wenn der hier unten da irgendwo draufknallt... Wo bist du jetzt? Ich stehe immer noch in der Hütte. Immer noch in der Hütte? Das ist so Langeweile. Eine Waschmaschine liegt hinter der Hütte. Und normalerweise müsste ich hier vorn auch irgendwo... Da ist er, der Brunnen. So. Getrunken hab ich jetzt. Schön. Jetzt guck ich mal eben noch bei dem Leuchtturm. I'm feeling hungry. Machen wir. Hmm. Hier ist auch nicht viel los. Cool. Konntest du das hören gerade? Ja, ne? Nö, weil ich auf dem Desktop bin. Achso. Jetzt, was denn? Ne, ich stehe gerade oben auf dem... Äh... Leuchtturm. Welcher Leuchtturm? Ich sehe keinen Leuchtturm. Der ist, wenn du zu deinem Bootshaus guckst, links davon. Ich komme gerade wieder runter. Er rennt da rum wie so ein Hase, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Die vorne ist übrigens ein Brunnen. Ja, ich brauche keinen Brunnen. Nö. Ne. Also, ich bin hier. Ich bin hier. Weißt du nicht die Richtung? Hinter dir? Nein, du hast keine Richtung. Stopp! Was denn? Wo denn? Hör auf! Hier! Warte, dreht dich rum. Ja, stopp. Ach da. Haha, wie geil, wie es jetzt anhört, ey. Hast du jetzt gehört? Clear. Ja. Ey, man sitzt nicht auf dem Brunnen. Hier, da, wenn du in die Scheibe reinschießt, so. Clear. Haha, wo ist die Scheibe? Ey. Haha. Mach sie, PIXEL. Kann ich viel besser Die Scheiben gehen ja sogar kaputt Aber bei dem Haus da hinten nicht Glaub ich Warte, ich muss meinen Budi nachladen Doch die sind kaputt Echt? Ich war neben noch ganz So, das, das Muss ich auch mal nachladen Ja, sieht so gut aus mit den Scherben Hat was Fein, fein Aber ich gucke jetzt mal da unten, ob das auch, ob die auch kaputt sind Die sind auch kaputt, Chris Jetzt sind wir hier auf einer einsamen Insel und ja Wo war jetzt das Schiff? Dahinde Da müssen wir jetzt einmal hier rumrennen Dann auf Ich laufe Der ist hier What? Wo bist denn jetzt denn? Hast du meine Spurs schon wieder verloren Ja, du standst hier gerade noch Du läufst gerade Guck mal Ich lauf gar nichts Ne, ich wollte gerade sagen, du stehst hinter dem Busch Lauf mal durch den Busch Ja, und jetzt nach rechts Ne, nach links von dir aus gesehen, Entschuldigung Ja Noch ein Stück, noch ein Stück Jawohl, ja Raus Geht nicht schneller hier hoch Du 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 Assault wirst ja wieder trocken Oh, wir müssen sogar noch ein bisschen weiter rüber I feel hungry Moment Jaja Eat Eat, 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 eat Eat Fit Ne Gut Also ich bin oben Na, ich bin auch gleich da Huh Wo Wo gesundheit übrigens so jetzt irgendwo hier hinten da ist links von uns ist ein hochsitz hurra juhu das schiff nein in dem video war ein etwas größeres echt war das ein anderes ja na toll etwas viel größeres vielleicht kommt das ja später dahin ist auch nur ein platzhalter oder so oder halt jetzt auf der neuen insel oder das das kann auch sein da siehst du das ist nämlich so halb im wasser und da kannst du gar nicht irgendwie obwohl doch da vorne kann man drauf gehen sehe ich gerade glaube ich einfach mal ausprobieren jetzt oder rüber ich bin oder es war bei dem video auch so eine art modifikation dass sie dann andere schiffen gebastelt hat ja hier kannst du durchschwimmen aber nicht drauf gehen doch er geht doch drauf auch nicht spektakuläres hier ne verschwunden ich bin gerade auf das andere stück zu aber auf das kommt man glaube ich nicht drauf sei denn man kommt von hier dran richtig das habe ich gerade vor ja doch da kann man hoch aber bringt einem glaube ich auch nicht viel bin ich in der textur verschwunden ja ich schwimm gerade mal irgendwie auf der textur rum ne ich komme ich rein nicht drauf dann probier ich es halt hier ich sehe dich so kommt man auch nicht drauf ne ne doch oder ne so teilweise der fackelt sich da jetzt irgendwas in der textur zusammen ich bin drauf ich nicht ich muss jetzt erst mal wieder runter kommen oder irgendwie wieder bewegen können weil im moment kann ich es nicht also schwimme ich wieder an land an welches an das was hier direkt ist da hinten diese insel selber weg wieder zurück wo wir hergekommen sind ich sehe dich nicht ich komme gerade irgendwie nicht ins wasser jetzt bin ich wieder im wasser oh Gott oh Gott ey bist du jetzt auf der großen insel wieder oder auf der kleinen auf der großen ich schwimme gerade noch ums schiff rum ach da hinten ist er da da di di da la 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 Die ist eine Art Sandbank oder so, da kann man drüber laufen scheinbar. Aber auch nicht ganz. Toll. Drei Apps aktualisiert, der einfachste WG 200 Freunde gleichzeitig bla 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 bla. Fett on. Super. So. 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 Das war's für heute. Wir beginnen den Tag mit einer erfreulichen Nachricht für alle Daze-Spiele. Ein neuer Patch, verwehre da bloß nicht dieser Haken-Moment. Was? Wir hätten den Starten überlegt, die sich aufgrund von Netzwerkproblemen verschiebt. Zudem äußern wir den Haken zum Entwicklungsprozess. Du wurdest getroffen, du blutest. Was? War ein Spaß. Ich fand den jetzt gut. Why do you shoot me? Und wo ziehst du denn? Hasen? Ich sitze nirgendswo. Also der Patch wurde verschoben oder was? Ja, hier steht dasselbe, ja. Hm. Na, vielleicht kommt er ja im Laufe des Tages noch oder so. Würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder Ende mit die Let's Play und gucken später nochmal, ne? Richtig. Alles klar. Ich hoffe, ich habe euch gefallen. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Sterni.